Am Wochenende war in der Reutlinger Innenstadt einiges geboten. Leuchtende Illuminationen erhellten die Stadt am Samstagabend im Rahmen der verkaufslangen Nacht. Reutlingen leuchtet. Lichtobjekte in unterschiedlichen Farben und Formen illuminierten die Fußgängerzone, während Besucher zur späten Stunde in romantischer und festlicher Atmosphäre shoppen konnten. Auch am Sonntagabend war der Marktplatz gut gefüllt. Hier präsentierte ein Feuerkünstler seine Show und sorgte für leuchtende Augen im Publikum. Dabei ging es heiß her, Funken sprühten durch die Luft und Flammen züngelten rhythmisch durch die Dunkelheit. Die feurige Show findet jeden Adventssonntag im Rahmen des Weihnachtsmarkts statt. Immer um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz und um 19.30 Uhr auf dem Weibermarkt.